Md5Works Hello und Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, hier stehen nur noch vier Päckchen und ja heute haben wir den 21. Somit dann natürlich jetzt auch hier das 21. Kürchen und ja dann öffnen wir das Ganze mal. Ich bin gespannt, was hier jetzt drin ist. So wir haben mal wieder, jetzt sind keine Ahnung wie gefüllt, mal die Bonsai-Frontäne von Nico, aber wie ihr wisst war ein geiles Teil und die Knatterblitze von Nico, dann zünden wir das Ganze jetzt und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. So, jetzt draußen angekommen die 21. Erstmal die Knatterblitze. Die sind alle falsch, also alle verschieden. Jetzt hätte ich gesagt, machen wir die eigentlich auf einmal. Oh Mann, machen wir die erstmal alle gleich rum. Jawohl, eine Zündschnur ist raus. Die sind auch immer wieder so behindert, verpackt das nicht nochmal. Wo sind die Zündschnur jetzt hin? Keine Ahnung. Ah, hier. So, keine Ahnung. Scheiß drauf so. Einfach auch rein. Ja, war irgendwie grad nicht so nice. So, und dann mal wieder die Bonsai-Mini-Frontäne. Ich glaube, noch kein Artikel so oft wie diesen gezündet dieses Jahr. Hier liegt sogar eine von letztem Mal anscheinend aus Versehen liegen gelassen. Weil wir zünden immer nicht nur die Videos, sag ich mal, sondern so noch ein bisschen mehr. Räumen natürlich dann immer alles weg. Aber der ist anscheinend liegen geblieben. Nehmen wir dann gleich natürlich direkt mit. Sehr geil. Ja, Freunde, das war's dann auch mit diesem Kirchchen. Und dann sind ja jetzt wirklich nicht mehr viele. Noch jetzt drei, drei Stück, genau. Und ja, Freunde, das war's dann mit diesem Video. Like das Video, abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann ciao und bis zum nächsten Video.